Willkommen zu einem neuen Part Splatoon 2. Heute habe ich mir ein paar Sachen so, worüber ich reden wollte. Ich würde sagen, ich starte erstmal ein bisschen in das Spiel rein, dann so im Nachhinein reden wir darüber, über diese Sachen. Also, die erste Sache ist, dass ich vielleicht heute nochmal streamen werde. Und zwar, dass die Kamera genau aufs Bild passt, nicht so wie gestern. Ihr seht ja bestimmt jetzt gerade das Video. Und seht auch, wie die Kamera sitzt. Und so wollte ich das eigentlich gestern haben. Ich habe es irgendwie nicht geschafft. Okay. Auf jeden Fall, ich werde, wenn überhaupt, nur montags und freitags nicht streamen, weil da habe ich halt Schule und generell nicht so viel Zeit. Also, wenn eher am Wochenende. Heißt, Samstag, Sonntag, ab und zu vielleicht mal Freitag, wenn ich da wirklich noch Zeit habe. Und die nächste. Okay, werden die Welle wahrscheinlich sowieso verlieren, also kann ich jetzt eh weiterreden. Ich suche noch ein paar Moderatoren und ich muss mich halt auf die verlassen können. Sie müssen oft, ja was heißt oft, sie müssen auf jeden Fall im Stream sein, nett sein. So halt, früh mit mir so ein bisschen reden und so, also ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, bei mir wird man das jetzt eigentlich sehr schnell. Ich denke mal heute, wenn ihr heute im Stream ein bisschen da seid. Und dann werdet ihr auch schon von mir als Moderator gemacht. Ihr habt ja gesehen, Princess Peach, die ist schon Moderator. Ja, sie hat mich halt sehr viel... Wie soll ich das sagen? Also, sie hat mir sehr viel geholfen und unterstützt bis jetzt. Und ja, sie hat es einfach verdient. Und wenn ihr halt Mod werden wollt, also Moderator, dann müsst ihr eure Abos auf Öffentlich machen. Das heißt, ihr geht auf eurem Kanal, also auf eurem Profil. Dann geht ihr auf die Abos, wo ihr eure ganzen Abos sehen könnt. Und dann müsst ihr, wo steht Abos Privat halten, dann müsst ihr auf Öffentlich drücken. Damit ich euch bei mir sehen könnt, wer mich alles abonniert hat. Und von da aus kann ich euch dann Mod machen. Weil wenn ihr nämlich privat eingestellt seid, dann kann ich euch nämlich nicht finden. Und dann könnt ihr auch kein Mod gemacht werden. Ja, das wollte ich eigentlich noch sagen. Und ich wollte mich noch bedanken für... Ich glaube, wir haben gestern 5 oder 6 Abos Gewinn gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr toll, dass Leute mich unterstützen wollen auf dem weiten Weg, den ich noch vor mir habe. Und da fand ich das schon echt geil. Auf jeden Fall kann ich nur einen grüßen, und zwar Leo Miao. Der gestern auch im Stream dabei war und auch abonniert hat. Weil er hat schon seine Abos auf Öffentlich. Ihr könnt mir ja dann schreiben, für die Leute, die schon... Ihr Kanal auf... Öffentlich haben. Ob ihr Mod werden wollt oder lieber nicht. Ist ja eure Entscheidung. Ich zwinge ja keinen dazu. Wenn der ein oder andere nicht weiß, was Mod ist, dann schreibt mir das in den Kommentaren. Kann ich euch dann beantworten. Ich werde heute auch, wenn ich anfangs zu streamen... ...so eine Runde machen. Ist okay, jetzt kann ich reden. Sorry, dass ich immer so ein bisschen stoppe, weil ich hier am Spielen bin und mich konzentrieren muss. Auf jeden Fall werde ich heute, wenn ich den Stream anfange, nicht direkt spielen, da ich nicht... ...ja, nicht weiß, was ich spielen soll. Ich werde dann erstmal so 5 Minuten oder so... ...das Bild halt im Hauptmodus lassen, also so. Und dann könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, was ich spielen soll. Super Mario Odyssey, was weiß ich, Splatoon. Oder Mario Kart. Was ihr wollt. Okay, da hätten wir auch einer Hilfe. War ich nicht ernsthaft gerade der Einzige, der am Leben war? Oh nein. Okay, das werden wir bestimmt verlieren. Sind in der Erinnerung zu dritt. Ich hasse diese Disconnects immer. Das ist immer ärgerlich. Dann ist man... Alles klar, bleib dir einfach in der Mitte hängen. Das ist ja ne Scheiße. Einfach mal 4. Aber keine Ahnung, wie die heißen sind, die Monster. 4. Monster mit Schutz. Guter Name, ne? Jetzt mal ausdenken. Naja, Slammin' Run ist immer noch nicht mein Modus. Ich hab's nochmal ein bisschen ausprobiert, um die neue Kleidung zu bekommen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Dann kommen wir nochmal zu den... Streams und Videos. Also was alles so auf meinen Kanal kommt, ne? Dafür spielen wir aber jetzt nicht mehr, weil... Keine Lust mehr auf Slammin' Run. Belassen wir es mal so. Und... Auf jeden Fall werde ich, wenn... So halt... In der Woche, von Montags bis Freitags, so Parts hochladen. Von irgendwelchen Spielen. Ihr könnt mir auch mal so eine Liste... Schicken oder schreiben. Was ich halt spielen soll, an welchen Tag. Weil mir ist es egal. Müsst mir mal schreiben, was ihr so gucken wollt. Oder was ihr so feiert am meisten. Und... Ja, das... War's eigentlich. Streams kommt nur am Wochenende, wenn ihr... Überhaupt. Ich hoffe, ihr habt... Einen schönen Morgen gehabt. Seid gut aufgestanden. Und ich freue mich... Auf die Leute, die gleich im Stream dabei sind. Ich weiß nicht genau, wann ich streame. Ich guck mal. Seht ihr ja dann. Ja. Bis dann. Bis dann. Ja. Bis dann. Vielen Dank.